Hallo, wie schön, dass du hier bist. Heute werde ich wieder eine Geschichte von Hans-Christian Andersen lesen und ich wünsche dir nun viel Freude damit. Das hässliche junge Entlein Es war so herrlich draußen auf dem Lande. Es war Sommer, das Korn stand gelb, der Hafer grün, das Heu war unten auf den grünen Wiesen in Schobern aufgesetzt und der Storch ging auf seinen langen roten Beinen und plapperte ägyptisch, denn diese Sprache hatte er von seiner Frau Mutter gelernt. Rings um die Äcker und die Wiesen waren große Wälder und mitten in den Wäldern tiefe Seen. Ja, es war wirklich herrlich da draußen auf dem Lande. Mitten im Sonnenschein lag dort ein altes Landgut von tiefen Kanälen umgeben und von der Mauer bis zum Wasser herunter wuchsen große Klettenblätter, die so hoch waren, dass kleine Kinder unter den Höchsten aufrecht stehen konnten. Es war ebenso wild darin wie im tiefsten Walde. Hier saß eine Ente auf ihrem Neste, welche ihre Jungen ausbrüten musste, aber es wurde ihr fast zu langweilig, ehe die Jungen kamen. Dazu erhielt sie selten Besuch. Die anderen Enten schwammen lieber in den Kanälen herum, als dass sie hinaufliefen, sich unter ein Klettenblatt zu setzen, um mit ihr zu schnattern. Endlich platzte ein Ei nach dem anderen. Piep, piep, sagte es, und alle Eidotter waren lebendig geworden und steckten den Kopf heraus. Rapp, rapp, sagten sie, und so rappelten sich alle, was sie konnten und sahen nach allen Seiten unter den grünen Blättern. Und die Mutter ließ sie sehen, so viel sie wollten, denn das Grüne ist gut für die Augen. Wie groß ist doch die Welt, sagten alle Jungen, denn nun hatten sie freilich ganz anders Platz, als wie sie noch drinnen im Ei lagen. Glaubt ihr, dass dies die ganze Welt sei? sagte die Mutter. Die erstreckt sich noch weit über die andere Seite des Gartens, gerade hinein in des Pfarrers Feld. Aber da bin ich noch nie gewesen. Ihr seid doch alle beisammen, fuhr sie fort und stand auf. Nein, ich habe nicht alle. Das größte Ei liegt noch da. Wie lange soll das denn noch dauern? Jetzt bin ich es aber bald überdrüssig. Und so setzte sie sich wieder. Nun, wie geht es? fragte eine alte Ente, welche vorbeigekommen war, um ihr einen Besuch abzustatten. Es wäre zu lange mit dem einen Ei, sagte die Ente, die da saß. Es will nicht platzen. Doch sieh nur die anderen an. Sind es nicht die niedlichsten Entlein, die man je gesehen hat? Sie gleichen allesamt ihrem Vater. Der Bösewicht kommt nicht, mich zu besuchen. Lass mich das Ei sehen, welches nicht platzen will, sagte die Alte. Glaube mir, es ist ein Kalekutenei. Ich bin auch einmal so angeführt worden und hatte meine große Sorge und Not mit den Jungen, denn ihnen ist bange vor dem Wasser. Ich konnte sie nicht hineinbringen. Ich rappte und schnappte, aber es half nichts. Lass mich das Ei sehen. Ja, es ist ein Kalekutenei. Lass das Liegen und Leere lieber die anderen Kinder schwimmen. Ich will noch ein bisschen darauf sitzen, sagte die Ente. Habe ich nun so lang gesessen, so kann ich auch noch einige Tage sitzen. Nachbelieben, sagte die alte Ente und ging von dann. Endlich platzte das große Ei. Piep, piep, sagte das Junge und kroch heraus. Es war so groß und so hässlich. Die Ente betrachtete es. Es ist doch ein gewaltig großes Entlein, das, sagte sie. Keines von den anderen sieht so aus. Sollte es wohl ein kalekutisches Küchlein sein? Nun, wir wollen bald dahinter kommen. In das Wasser muss es. Sollte ich es auch selbst hineinstoßen. Am nächsten Tage war schönes, herrliches Wetter. Die Sonne schien auf alle grünen Glätten. Die Entleinmutter ging mit ihrer ganzen Familie zu dem Kanale hinunter. Platsch, da sprang sie in das Wasser. Rap, rap, sagte sie und ein Entlein nach dem anderen plumpste hinein. Das Wasser schlug ihnen über den Kopf zusammen, aber sie kamen gleich wieder empor und schwamm so prächtig. Die Beine gingen von selbst und alle waren sie im Wasser. Selbst das hässliche graue Junge schwamm mit. Nein, es ist kein kalekut, sagte sie. Sieh, wie herrlich es die Beine gebraucht und wie gerade es sich hält. Es ist mein eigenes Kind. Im Grunde ist es doch ganz hübsch, wenn man es nur recht betrachtet. Rap, rap, kommt nur mit mir. Ich werde euch in die große Welt führen, euch im Entenhof präsentieren. Aber haltet euch immer nahe zu mir, damit niemand euch trete und nehmt euch vor den Katzen in Acht. Und so kamen sie in den Entenhof hinein. Da drinnen war ein schrecklicher Lärm, denn da waren zwei Familien, die sich um einen Aalkopf bissen und am Ende bekam ihn doch die Katze. Seht, so geht es in der Welt zu, sagte die Entleinmutter und wetzte ihren Schnabel, denn sie wollte auch den Aalkopf haben. Braucht nur die Beine, sagte sie. Seht, dass ihr euch rappeln könnt und neigt euren Hals vor der alten Ente dort. Die ist die vornehmste von allen hier. Sie ist aus Spanischem geblüht, deshalb ist sie so dick. Und seht ihr, sie hat einen roten Lappen um das Bein. Das ist etwas außerordentlich Schönes und die größte Auszeichnung, welche eine Ente zuteil werden kann. Das bedeutet so viel, dass man sie nicht verlieren will. und dass sie von Tier und Menschen erkannt werden soll. Rappelt euch, setzt die Füße nicht einwärts. Ein wohlerzogenes Entlein setzt die Füße weit auseinander, gerade so wie Vater und Mutter. Seht, so. Nun neigt euren Hals und sagt, Rapp. Und das taten sie. Aber die anderen Enten ringsum her betrachteten sie und sagten ganz laut. Siehe da, nun sollen wir noch den Anhang haben, als ob wir nicht schon so genug wären. Und pfui, wie das eine Entlein aussieht, das wollen wir nicht dulden. Und zugleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken. Lass es gehen, sagte die Mutter, es tut ja niemandem etwas. Ja, aber es ist zu groß und ungewöhnlich, sagte die beißende Ente, und deshalb muss es gepufft werden. Es sind hübsche Kinder, welche die Mutter hat, sagte die alte Ente mit dem Lappen um das Bein. Alle schön, bis auf das eine. Das ist nicht geglückt. Ich möchte, dass sie es umarbeiten könnte. Das geht nicht, ihre Gnaden, sagte die Entleinmutter. Es ist nicht hübsch, aber es hat ein innerlich gutes Gemüt und schwimmt so herrlich wie eins von den anderen. Ja, ich darf sagen, noch etwas besser. Ich denke, es wird hübsch heranwachsen und mit der Zeit etwas kleiner werden. Es hat zu lange in dem Ei gelegen und deshalb nicht die richtige Gestalt bekommen. Und so zupfte sie es im Nacken und kletterte das Gefieder. Es ist überdies ein Entrich, sagte sie, und darum macht es nicht so viel aus. Ich denke, er wird gute Kräfte bekommen. Er schlägt sich schon durch. Die anderen Entlein sind niedlich, sagte die alte. Tut nun, als ob ihr zu Hause wäret und findet ihr einen Aalkopf, so könnt ihr ihn mir bringen. Und so waren sie wie zu Hause. Aber das arme Entlein, welches zuletzt aus dem Ei gekrochen war und so hässlich aussah, wurde gebissen, gestoßen und zum Besten gehabt und das sowohl von den Enten wie von den Hühnern. Es ist zu groß, sagten alle. Und der kalekutische Hahn, welcher mit Sporen zur Welt gekommen war und deshalb glaubte, dass er Kaiser sei, blies sich auf wie ein Fahrzeug mit allen Segeln, ging gerade auf dasselbe los und dann kollerte er und wurde ganz rot am Kopfe. Das arme Entlein wusste nicht, wo es stehen oder gehen sollte. Es war so betrübt, weil es so hässlich aussah und vom ganzen Entenhofe verspottet wurde. So ging es den ersten Tag und später wurde es schlimmer und schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen gejagt. Selbst seine Schwestern waren so böse gegen dasselbe und sagten immer, wenn die Katze dich nur fangen möchte, du hässliches Geschöpf. Und die Mutter sagte, wenn du nur weit fort wärst. Und die Enten bissen es und die Hühner schlugen es und das Mädchen, welches die Tiere füttern sollte, stieß mit den Füßen danach. Da lief es und flog über den Zaun. Die kleinen Vögel in den Büschen flogen erschrocken auf. Das geschieht, weil ich so hässlich bin, dachte das Entlein und schloss die Augen, lief aber gleich wohl weiter. So kam es hinaus zu dem großen Moor, wo die wilden Enten wohnten. Hier lag es die ganze Nacht. Es war so müde und kummervoll. Am Morgen flogen die wilden Enten auf und sie betrachteten den neuen Kameraden. Was bist du denn für einer? fragten sie. Und das Entlein wendete sich nach allen Seiten und grüßte, so gut es konnte. Du bist außerordentlich hässlich, sagten die wilden Enten. Aber das kann uns gleich sein, wenn du nur nicht in unsere Familie hinein heiratest. Das Arme, es dachte wahrscheinlich nicht daran, sich zu verheiraten, wenn es nur die Erlaubnis erhalten konnte, im Schilf zu liegen und etwas Moorwasser zu trinken. So lag es zwei ganze Tage. Da kamen zwei wilde Gänse oder richtiger wilde Gänseriche dorthin. Es war noch nicht lange her, dass sie aus dem Ei gekrochen waren und deshalb waren sie auch so keck. Höre, Kamerad, sagten sie, du bist so hässlich, dass wir dich gut leiden mögen. Willst du mitziehen und Zugvogel werden? Hier nah bei, in einem anderen Moore, gibt es einige süße, lieblich wilde Gänse, Sämtlich Fräulein, die alle Rapp sagen können. Du bist imstande, dein Glück da zu machen, so hässlich du auch bist. Piff, Paff, ertönte es eben und beide wilde Gänse Gänseriche fielen tot in das Schilf nieder und das Wasser wurde blutrot. Piff, Paff, erscholl es wieder und ganze Scharen wilder Gänse flogen aus dem Schilfe auf. Und dann knallte es abermals. Es war große Jagd, die Jäger lagen rings um das Moor herum, ja einige saßen oben in den Baumzweigen, welche sich weit über das Schilfrohr hinstreckten. Der blaue Dampf zog gleich Wolken in die dunklen Bäume hinein und weit über das Wasser hin. Zum Moore kamen die Jagdhunde. Platsch, Platsch, das Schilf und das Rohr neigte sich nach allen Seiten. Das war ein Schreck für das arme Entlein. Es wendete den Kopf, um ihn unter den Flügel zu stecken, aber im selben Augenblick stand ein fürchterlich großer Hund dicht bei dem Entlein. Die Zunge hing ihm lange aus dem Halse heraus und die Augen leuchteten gräulich hässlich. Er streckte seinen Rachen dem Entlein gerade entgegen, zeigte ihm die scharfen Zähne und Platsch, Platsch ging er wieder, ohne es zu packen. Oh Gott sei Dank, seufzte das Entlein, ich bin so hässlich, dass mich selbst der Hund nicht beißen mag. Und so lag es ganz stille, während die Schrote durch das Schilf sausten und Schuss auf Schuss knallte. Erst am Tage wurde es still, aber das arme Junge wagte noch nicht, sich zu erheben. Es wartete noch mehrere Stunden, bevor es sich umsah, und dann eilte es fort aus dem Moore, so schnell es konnte. Es lief über Feld und Wiese, da tobte ein solcher Sturm, dass es ihm schwer wurde, von der Stelle zu kommen. Gegen Abend erreichte es eine arme, kleine Bauernhütte. Die war so baufällig, dass sie selbst nicht wusste, nach welcher Seite sie fallen sollte. Und darum blieb sie stehen. Der Sturm umsauste das Entlein so, dass es sich niedersetzen musste, um sich dagegen zu stemmen. Und es wurde schlimmer und schlimmer. Da bemerkte es, dass die Tür aus der einen Angel gegangen war und so schief hing, dass es durch die Spalte in die Stube hineinschlüpfen konnte. Und das tat es. Hier wohnte eine Frau mit ihrem Kater und ihrer Henne. Und der Kater, welches sie Söhnchen nannte, konnte einen Buckel machen und schnurren. Er sprühte sogar Funken, aber dann musste man ihn gegen die Haare streicheln. Die Henne hatte ganz kleine, niedrige Beine und deshalb wurde sie Küchelchen-Kurzbein genannt. Sie legte gut Eier und die Frau liebte sie wie ihr eigenes Kind. Am Morgen bemerkte man sogleich das fremde Entlein und der Kater begann zu schnurren und die Henne zu glucken. Was ist das? sagte die Frau und sah sich ringsum. Aber sie sah nicht gut und so glaubte sie, dass das Entlein eine fette Ente sei, die sich verirrt habe. Das ist ja ein seltener Fang, sagte sie. Nun kann ich Enteneier bekommen, wenn es nur kein Enterich ist. Das müssen wir erproben. Und so wurde das Entlein für drei Wochen auf Probe angenommen, aber es kamen keine Eier und der Kater war Herr im Hause und die Henne war die Dame und immer sagten sie, wir und die Welt, denn sie glaubten, dass sie die Hälfte seien und zwar die bei weitem beste Hälfte. und das Entlein glaubte, dass man auch eine andere Meinung haben könne, aber das litt die Henne nicht. Kannst du Eier legen? fragte sie. Nein. Nun, dann wirst du die Güte haben zu schweigen. Und der Kater fragte, kannst du einen krummen Buckel machen, schnurren und Funken sprühen? Nein. So darfst du auch keine Meinung haben, wenn vernünftige Leute sprechen. Und das Entlein saß im Winkel und war bei schlechter Laune. Da fiel die frische Luft und der Sonnenschein herein und es bekam solche sonderbare Lust, auf dem Wasser zu schwimmen, dass es nicht unterlassen konnte, dies der Henne zu sagen. Was fällt dir ein? fragte die. Du hast nichts zu tun, deshalb fängst du grillen. Lege Eier oder schnurre, so gehen sie vorüber. Aber es ist so schön, auf dem Wasser zu schwimmen, sagte das Entlein. So herrlich, es über den Kopf zusammenschlagen zu lassen und auf den Grund niederzutauchen. Ja, das ist ein großes Vergnügen, sagte die Henne. Du bist wohl verrückt geworden. Frage den Kater danach. Er ist das klügste Geschöpf, das ich kenne. Ob er es liebt, auf dem Wasser zu schwimmen oder unterzutauchen. Ich will nicht von mir sprechen. Frage selbst unsere Herrschaft, die alte Frau. Klüger als sie ist niemand auf der Welt. Glaubst du, dass sie Lust hat, zu schwimmen und das Wasser über den Kopf zusammenschlagen zu lassen? Ihr versteht mich nicht, sagte das Entlein. Wir verstehen dich nicht. Wer soll dich denn sonst verstehen können? Du wirst doch wohl nicht klüger sein wollen als der Kater und die Frau. Von mir will ich nicht reden. Bilde dir nichts ein, Kind, und danke deinem Schöpfer für all das Gute, das man dir erwiesen. Bist du nicht in eine warme Stube gekommen und hast eine Gesellschaft, von der du etwas profitieren kannst? Aber du bist ein Schwätzer und es ist nicht erfreulich, mit dir umzugehen. Mir kannst du glauben. Ich meine es gut mit dir. Ich sage dir Unannehmlichkeiten und daran kann man seine wahren Freunde erkennen. Sieh nur zu, dass du Eier legst oder Schnurren und Funken sprühen lernst. Ich glaube, ich gehe in die Welt hinaus, sagte das Entlein. Ja, tu das, sagte die Henne. Und das Entlein ging. Es schwamm auf dem Wasser, es tauchte unter, aber von allen Tieren wurde es wegen seiner Hässlichkeit übersehen. Nun trat der Herbst ein. Die Blätter im Walde wurden gelb und braun. Der Wind fasste sie, sodass sie umher tanzten. Und oben in der Luft war es sehr kalt. Die Wolken hingen schwer mit Hagel und Schneeflocken. Und auf dem Zaun stand der Rabe und schrie vor lauter Kälte. Ja, es froh einen schon, wenn man nur daran dachte. Das arme Entlein hatte es wahrlich nicht gut. Eines Abends, die Sonne ging so schön unter, kam ein ganzer Schwarm herrlich großer Vögel aus dem Busche. Das Entlein hatte solche nie so schön gesehen. Sie waren ganz blendend weiß, mit langen, geschmeidigen Hälsen. Es waren Schwäne. Sie stießen einen ganz eigentümlichen Ton aus, breiteten ihre prächtigen, langen Flügel aus und flogen von der kalten Gegend fort, nach wärmeren Ländern, nach offenen Seen. Sie stiegen so hoch, so hoch, und dem hässlichen jungen Entlein wurde so sonderbar zumute. Es drehte sich im Wasser wie ein Rad rundherum, streckte den Hals hoch in die Luft nach innen aus und stieß einen so lauten und sonderbaren Schrei aus, dass es sich selbst davor fürchtete. Oh, es konnte die schönen, glücklichen Vögel nicht vergessen. Und sobald es sie nicht mehr erblickte, tauchte es gerade bis auf den Grund. Und als es wieder heraufkam, war es wie außer sich. Es wusste nicht, wie die Vögel hießen, auch nicht, wohin sie flögen. Aber doch war es ihnen gut, wie es nie jemanden gewesen. Es beneidete sie durchaus nicht. Wie konnte es ihm einfallen, sich solche Lieblichkeit zu wünschen? Es wäre schon froh gewesen, wenn die Enten es nur unter sich geduldet hätten, das arme, hässliche Tier. Und der Winter wurde so kalt, so kalt. Das Entlein musste im Wasser herumschwimmen, um das völlige Zufrieren desselben zu verhindern. Aber in jeder Nacht wurde das Loch, in dem es schwamm, kleiner und kleiner. Es fror, sodass es in der Eisdecke knackte. Das Entlein musste fortwährend die Beine gebrauchen, damit das Loch sich nicht schloss. Zuletzt wurde es matt, lag ganz stille und fror so im Eise fest. Des Morgens früh kam ein Bauer. Da er dies sah, ging er hin, schlug mit seinem Holzschuh das Eis in Stücke und trug das Entlein heim zu seiner Frau. Da wurde es wieder belebt. Die Kinder wollten mit ihm spielen, aber das Entlein glaubte, sie wollten ihm etwas zu Leide tun und fuhr in der Angst gerade in den Milchnapf hinein, sodass die Milch in die Stube spritzte. Die Frau schlug die Hände zusammen, worauf es in das Butterfass, dann hinunter in die Mehltonne und wieder herausflog. Wie sah es da aus? Die Frau schrie und schlug mit der Feuerzange danach. Die Kinder rannten einander über den Haufen, um das Entlein zu fangen. Sie lachten und schrien. Gut war es, dass die Tür aufstand und es zwischen die Reiser in den frisch gefallenen Schnee schlüpfen konnte. Da lag es, ganz ermattet. Aber all die Not und das Elend, welches das Entlein in dem harten Winter erdulden musste, zu erzählen, würde zu trübe sein. Es lag im Moore zwischen dem Schilfe, als die Sonne wieder warm zu scheinen begann. Die Lärchen sangen. Es war herrlicher Frühling. Da konnte auf einmal das Entlein seine Flügel schwingen. Sie brausten stärker als früher und trugen es kräftig davon. Und ehe dasselbe es recht wusste, befand es sich in einem großen Garten, wo die Apfelbäume in der Blüte standen, wo der Flieder duftete und seine langen, grünen Zweige bis zu den gekrümmten Kanälen hinunterneigte. Oh, hier war es so schön, so frühlingsfrisch. Und vorn aus dem Dickicht kamen drei prächtige weiße Schwäne. Sie brausten mit den Federn und schwammen so leicht auf dem Wasser. Das Entlein kannte die prächtigen Tiere und wurde von einer eigentümlichen Traurigkeit befangen. Ich will zu ihnen hinfliegen, zu den königlichen Vögeln, und sie werden mich totschlagen, weil ich, der ich so hässlich bin, mich ihnen zu nähern wage. Aber das ist einerlei. Besser von ihnen getötet, als von den Enten gezwackt, von den Hühnern geschlagen, von dem Mädchen, welches den Hühnerhof hütet, gestoßen zu werden und im Winter Mangel zu leiden. Und es flog hinaus in das Wasser und schwamm den prächtigen Schwänen entgegen. Diese erblickten es und schossen mit brausenden Federn auf dasselbe los. Tötet mich nur, sagte das arme Tier, neigte seinen Kopf der Wasserfläche zu und erwartete den Tod. Aber was erblickte es in dem klaren Wasser? Es sah sein eigenes Bild unter sich, das kein plumper, schwarzgrauer Vogel mehr, hässlich und garstig, sondern selbst ein Schwan war. Es schadet nichts, in einem Entenhof geboren zu sein, wenn man nur in einem Schwanenei gelegen hat. Es fühlte sich ordentlich erfreut über all die Not und die Drangsaale, welche es erduldete. Nun erkannte es erst recht sein Glück an all der Herrlichkeit, die es begrüßte. Und die großen Schwäne umschwammen es und streichelten es mit dem Schnabel. In dem Garten kamen einige kleine Kinder, die warfen Brot und Korn in das Wasser und das Kleinste rief, da ist ein Neuer. Und die anderen Kinder jubelten mit, ja, es ist ein Neuer angekommen. Und sie klatschten mit den Händen und tanzten umher, liefen zu dem Vater und der Mutter und es wurde Brot und Kuchen in das Wasser geworfen und sie sagten alle, der Neue ist der Schönste, so jung und so prächtig. Und die alten Schwäne neigten sich vor ihm. Da fühlte er sich so beschämt und steckte den Kopf unter seine Flügel. Er wusste selbst nicht, was er beginnen sollte. Er war allzu glücklich, aber durchaus nicht stolz, denn ein gutes Herz wird nie stolz. Er dachte daran, wie er verfolgt und verhöhnt worden war und hörte nun alle sagen, dass er der Schönste aller Vögel sei. Selbst der Flieder bog sich mit den Zweigen gerade zu ihm in das Wasser hinunter und die Sonne schien so warm und so mild. Da brausten seine Federn, der schlanke Hals hob sich und aus vollem Herzen jubelte er. So viel Glück habe ich mir nicht träumen lassen, als ich noch das hässliche Entlein war. Wenn Dir meine Lesungen gefallen, dann freue ich mich, wenn Du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Auch freue ich mich über Dein Like oder auch ein Abo. Bis ganz bald!